Du hast meinen Freund Bobby erschossen, obwohl er mich ergeben hat. Du musst doch nicht damit rechnen, dass ich dir jetzt Gnade gebe, du kleiner Pisser. Oh, wer ist denn da? Mein kleiner Freund, wo willst du denn hin? Gleich gebe ich dir schön ein. Auf Wiedersehen. Ab zu den 70 Jungfrauen. Auf Wiedersehen. Ah, schau mal an, kleine Shogun-Häuschen, guck es dir mal an, na mein Freund, bist du ganz alleine? Wenn wir mal antesten, ob du alleine bist. Mach's gut, fahr zur Hölle. Ah, da ist nur noch einer, jawohl. Ah, da ist nur noch einer, jawohl. Ah, wer kommt denn da? Scheiße, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mann. Sieben afrikanische Kämpfer, Heidewitzka. Das wird knifflig. Zwei. Komm, nimm den noch. Der letzte. Macht's gut, mein Freund. Auf Wiedersehen hier am Rauken. Ab geht's zur Hölle. Wow, verfluchte Scheiße. Das war ja wieder mal knapp. Ah, schau einer an. Da haben noch die kleinen Rebellen den schönen Flugzeug-Tower besetzt. Jawohl. Da wollen wir ihm mal ein paar schöne Grüße auf Stahl rüberschicken. So, Freunde, auf geht's. Fahrkarten zur Hölle. Das war ja wieder. Das war's. So Freunde, der Teufel wartet schon auf euch. Ah, guck mal einer an. Meine kleinen afrikanischen Freunde wollen eine Flugreise machen. Na ja. Das Einzige, wo ihr hinfahrt, ist zur Hölle. Ansonsten nichts. 472 Meter. Oh, das ist ganz schön weit weg. Fuck. Wollen wir mal gucken, ob wir einen von diesen Hundesöhnen hier erwischen. Wollen. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.